Ganz kurz noch eine persönliche Frage. Sie werden auf dieser Reise zum ersten Mal in Ihrer Funktion als Bundeskanzler von Ihrer Ehefrau Britta Ernst begleitet. Was bedeutet Ihnen das persönlich? Das ist sehr schön, auch weil wir dadurch viel Zeit miteinander haben, schon während der langen Flüge. Und das ist anders als zum Beispiel bei dem Gipfel, den wir in Deutschland hatten, wo meine Frau ja auch sich sehr engagiert hat. Und nun sind wir Gäste, alle beide bei diesem Gipfel. Und für mich ist das sehr schön, für uns beide ist das sehr schön. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.